Schauen wir von der Sportredaktion auch mal nach Kabul in Afghanistan, in einer der gefährlichsten Städte der Welt. Dort soll im April 2012 eine Boxveranstaltung stattfinden, als eine Art Geste der Versöhnung, als Appell an die Kriegsparteien, als Versuch dem Land den Frieden ein Stück näher zu bringen. Ein Traum, den ein junger Boxer aus Hamburg realisieren möchte. Das ist der Boxer, der diesen Traum träumt. Hamid Rahimi, 28, deutscher Mittelgewichtler, Nummer 171 der Welt. Geboren in Kabul, im Alter von neun Jahren, floh er mit seinen Eltern, den beiden Schwestern und Bruder Wahid vor den Kriegswirren nach Hamburg. Hier kam ihm die Idee zum Friedenskampf, den die vier Weltverbände mit einem Friedensgürtel unterstützen wollen. Ich möchte für den Frieden in Afghanistan was tun. Und Sport hat eine super Magie. Und ich finde, damit kann man eine Menge tun, gerade für die Jugend, für die nächste Generation. Dank Facebook und YouTube ist Hamid Rahimi ein Volksheld, sogar Werbestar im TV. So war es leicht für ihn, die Unterstützung der afghanischen Behörden zu bekommen, der Ministerien, des Nationalen Olympischen Komitees, der Stammesführer. Und hier soll der Kampf stattfinden, im 35.000 zuschauerfassenden Gazi-Stadion, in dem die Taliban einst ihre Hinrichtungen vollzogen. Unter den größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen, denn noch haben sich Bilder wie diese eingebrannt in die Köpfe, wenn von Afghanistan die Rede ist. Dieser Kampf steht unter ganz klar anderen Vorzeichen als alles andere, was man sonst im sportlichen Bereich hat. Sicherheit ist das oberste Gebot, oberste Thema. Wir müssen alle Menschen, die dort mitbeteiligt sind, mit der größtmöglichen Sicherheit ausstatten. Im April soll Hamids sportlicher Friedenskraum wahr werden. Hoffentlich wird er sich ebenso erfüllen wie sein Privater. Vor einer Woche hat er in Hamburg seine Freundin Mariam geheiratet. Die internationale Weltelite der Freestyle-Szene war...